...aufsächlich zu den Fressen... ...leeren... ...futterfors... ...dickrecks... ...stüren, die Pickenwette... ...dann geht das Flutter rufen... ...und du sie plötzlich zurückziehst... ...und du den Flutterfors... ...dänzt... ...und du nur noch mal fotografieren... ...forsche Aktiv... ...und du die Oster... ...das ist ein Schwingenwagen... ...in hier... ...schwingen drin... ...mit unterwachtens... ...abrolische Hetzkarpik... ...tandemfarbe... ...fot... ...liebe YouTube-Freunde... ...jetzt bin ich noch eine Maschinendemonstration... ...hier in Erzigen... ...lehe Leitmaschinen... ...werden da vorgeführt... ...jawohl... ...dann gehört der Kugmöp... ...das ist nicht... ...wenn der MS kommt... ...der läuft noch viel ruhiger... ...und... ...und ja... ...und nicht nur... ...neine... ...Plechtigke... ...hat sie in meiner Presse... ...sondern... ...jahrelangstern... ...ist das Flache... ...drüberschweist... ...also eine... Unwahrscheinlich eine grosse Fläche, die das Futter in einem Wagen durch die idolische Stirn machen. Durch den Ladenwagen, den Meter Kürze zu bauen, ohne Kubik zu verlieren. Wir gewinnen daher 6 Kubik. Und das Stirnwagen durch die Anstrengung. So haben wir auch die Spitze und die Futter in einem Ladenwagen, in einem Wagen, damit runterkürzen müssen wir so. Ja. Schauen wir mal, wenn wir uns geniessen sind, jetzt dürfen wir die anderen Zahlen präsentieren. Gehen wir mal klein oder nicht. Schöne Ball. Von sich da hinten tut der Ballaufbau. Der tut sich langsam durch Hedgeplatten nach oben an. Die Sonn側 sind sehr柔 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach der Maschinenbohrführung gibt es noch ein Bier für den Bauer Ausschie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017